Sie ist clean, schick und sophisticated. Die Kollektion von Adrien Stark. Viel Vergnügen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Warten wieder des Wortes verguckt. Es sind Stoffe, die schmeicheln, die ganz weich sind. Richtig, absolut. Schöne Wohlfühlmaterialien aus Kaschmir oder eine Komposition aus Seide, Bambusviskose, Baumwolle, die sich einfach schön auf der Haut anfühlen. Und wenn wir Ladies einfach bei uns wohlfühlen und unserer Begleitung, dann strahlen wir das auch nach außen aus. Und das ist meine Wohlfühlkollektion. Das strahlt auch Sie aus, Frau Stark. Und ich muss auch sagen, man kann das doch für ganz edel Anlässen tragen. Man kann es genauso auch zu Hause tragen. Es sieht sehr bequem und gemütlich aus. Also kann man sagen, für alle Anlässe? Ganz genau, richtig. Auf Reisen, auf Events und zu Hause einfach zu Wohlfühlen. Für jede Gelegenheit. Schöne Kofferkleider, wenn man viel unterwegs ist, so wie ich. So ist auch meine Kollektion entstanden. Zu jeder Zeit tragbar und auch zu allen Dingen sich wohlfühlen zu jeder Gelegenheit. Und ich finde, diese roten, roten Stücke, die machen schon richtig Lust auf Weihnachten. Absolut richtig, ja, ganz genau. Ein Weihnachten-Schenken. The Lady in Red, here she comes. Ganz genau. Ganz herzlichen Dank für die zauberhafte Präsentation an die Models. Die macht es toll, gell? Fantastisch. Braustark. Danke sehr. Weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Kollektion, die Adrien Collection. Viel Spaß mit Waltina Berg und Ihren Models. Das ist clean, schick und sophisticated. Das ist clean, schick und authentisch.